Einen schönen guten Morgen, geschätzte Medienvertreter. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz, ebenso die Zuseher im Livestream. Wir haben heute eine Pressekonferenz einberufen, die die aktuelle Broschüre des Deutschen Schulamtes beinhaltet. Und ich darf das Wort gleich an meine Kollegin Uli Mayer weitergeben. Ja, danke, lieber Andreas, auch von meiner Seite. Einen schönen guten Morgen, auch ich möchte Sie auf dieser Pressekonferenz ganz herzlich willkommen heißen. Wir haben die letzte Woche nicht schlecht gestaunt, als uns Lehrer diese Broschüre zugeschickt haben, muslimische Kinder und Jugendliche in der Schule. Als ich den Titel gelesen habe, haben wir uns kurz unterhalten und sind dann aufmerksam geworden, dass ich bereits im letzten Herbst eine Anfrage an den Landesrat Achamor gestellt habe, wo es um den Ramadan an Südtirols Bildungseinrichtungen geht. Und dort wurde in einer Antwort gesagt, dass auf jeden Fall die deutsche Bildungsdirektion sich mit der Entwicklung auseinandersetzen wird, was muslimische Kinder in Südtirol anbelangt und eben bereits einen Hinweis auf eine Broschüre gegeben hat. Aber wenn wir uns zurückerinnern, in der letzten Legislatur hat es auch einen Beschlussantrag gegeben, wo sich der Landtag eigentlich schon in breiter Mehrheit dafür ausgesprochen hat, dass es eine Informationsbroschüre geben soll, aber die ganz etwas anderes besagt, wo wir nämlich auf die muslimischen Kinder zugehen, Elternhäuser auch einbinden, weil Integration kann nicht nur über die Kinder funktionieren, sondern muss natürlich auch über die Elternhäuser funktionieren, wo man natürlich über unsere Landesgeschichte informiert, wo man über unsere Kultur, über unsere Sittenbräuche, über die Rolle der Frau, über das Bild der Frau, über die Rechte der Frau und so weiter. Natürlich spricht, natürlich informiert über unsere religiösen Feiertage, Festtage und so weiter. Aber von all dem natürlich steht in dieser Broschüre absolut nichts drinnen, sondern es handelt sich vielmehr um einen Kniefall vor dem Islam und eine totale Pankrotterklärung, was die Integration anbelangt. Denn diese Broschüre hat mit Integration natürlich nichts zu tun, wenn man hergeht und unsere Schule dafür verwendet, dass sie so quasi ungefragt irgendwo sich dem Islam völlig unterordnet, völlig absurde Ideen plötzlich aufgreifen soll. Ich frage mich da, wo bleibt der Aufschrei beispielsweise der Feministinnen. Zu Recht hat es gerade in der Entwicklung der Frauen Emanzipation gegeben. Wir sind, das sind wir in vielerlei Hinsicht natürlich auch geteilter Ansichten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Sinne all jener ist, wenn wir plötzlich wieder einen Schritt zurück ins Mittelalter machen, dass man Sportunterricht getrennt verrichten soll, dass man den Schwimmunterricht getrennt ausleben oder getrennt anbieten soll, grundsätzlich steht. Also grundsätzlich sollen die Schulen das machen. Also ich denke, dass das nicht im Sinne von uns Frauden sein kann oder vom Bild, das wir eigentlich verpflichtet sind, mitzugeben der Frauen. Und dann ärgere ich mich auch ein klein wenig, dass in der Broschüre fast nur Mädchen abgebildet sind mit dem Kopftuch. Also unsere Schule nimmt das Kopftuch für gegeben, also dass es hier sozusagen keine andere Alternative gibt. Es wird für unsere Jugendlichen ja auch, gibt es Beratungsstellen und so weiter bei Problemen. Ich lese in dieser Broschüre nichts, dass es eventuell auch für Mädchen Beratungsstellen gibt, die nicht unbedingt das Kopftuch tragen möchten, sondern unsere Schule bildet junge Mädchen und Frauen automatisch schon mit Kopftuch ab. Zur besonderen Empfehlung steht im Schreiben, wird den Schulen eben diese Broschüre übermittelt. Für mich stellt sich die Frage, was passiert mit den Lehrern, die aus gutem Grund sich nicht an diese fragwürdige Broschüre halten möchten, denn wir erleben das leider Gottes immer wieder aus dem Alltag, dass es viele Lehrer gibt, die mit dieser Ausrichtung wenig anfangen können, aber Angst haben müssen, irgendwo sich zu äußern, Kritik zu üben, weil sie dann sofort den Stempel aufgedrückt bekommen, rechts zu sein oder rassistisch zu sein oder sozusagen unflexibel zu sein und so weiter. Also hier wird, und ich kann die Lehrer dann auch verstehen, dass sie nicht diesen Kampf führen, den führen wir gerne auf der politischen Ebene, aber ich möchte die Frage natürlich an den Landesrat schon stellen und ich muss auch dazu sagen, ich gehe fast davon aus, dass Landesrat Achammer die Broschüre nicht gelesen hat, denn ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht teilt er sogar viele Dinge, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er tatsächlich so etwas als offizielle sozusagen Richtungsweisung an die Schulen rauslassen würde. Es ist eine Handlungsanleitung, die alles daran setzt, dass Integration nicht stattfindet, sondern dass eine muslimische Parallelgesellschaft in Südtirol nicht nur zugelassen wird, sondern auch gefördert wird, an welche sich die Einheimischen anzupassen haben. Und natürlich steht es jedem Politiker frei, sich Informationen dort zu holen, wo er sich vielleicht am meisten und am ehesten angesprochen fühlt. Wenn man recherchiert, dann hat das Rheinland-Pfalz eine ähnliche Broschüre herausgegeben und diese Broschüre, die in Südtirol jetzt verschickt wurde, ist zu einem großen Teil davon, hat als Vorbild gedient, wurde abgeschrieben. Mich stört ein wenig, dass man so unreflektiert einseitig sich Informationen holt, denn ich bediene mich wirklich gerne immer an jenen, die selbst Moslems sind, die selbst vor vielen Jahren nach Europa gekommen sind, die selbst den Integrationsprozess miterlebt haben, die heute bestens integriert sind und die uns eigentlich in ihrer täglichen Arbeit aufzeigen, wo die Fehler sind, die unsere Gesellschaft in Europa, im deutschen Sprachen und Kulturraum macht, dass man davon eigentlich nichts wissen will. Und hier eignet sich, ich weiß nicht, spricht man ihn Ahmad oder Ahmad Mansour aus, er selbst ist ein Islam-Experte seit 15 Jahren in Deutschland, er bezeichnet sich selbst als Deutscher, ist Psychologe, ist ganz stark engagiert in der Jugendarbeit, er berät Moslems, nicht nur Jugendliche, sondern auch deren Familien, er ist auch mit Extremismusprävention beschäftigt, also mit dem radikalen Islam und so weiter. Und er erklärt eigentlich überall, wo er auftritt, sehr anschaulich und nachvollziehbar die Problematiken, warum Integration nicht funktionieren kann. Und ich denke, dass unsere Gesellschaft schon einen Fehler macht, zu glauben, wenn wir in die Knie gehen, aus Angst eben irgendwo den Stempel des Rassismus zu bekommen oder ins rechte Eck gestellt zu werden, dass man dann Herausforderungen erst gar nicht annimmt, dass man Probleme verschweigt und so weiter. Ich glaube, dass wir den Menschen, die zu uns kommen, nichts Gutes tun, denn wir erleben eine verunsicherte Gesellschaft, die selbst nicht weiß, was sie eigentlich will, welches die Regeln sind. Wir getrauen uns nicht, ganz klar zu formulieren, was wir von ihnen im Alltag erwarten. Natürlich muss das immer im Dialog auch geschehen. Es wäre vor vielen Jahren schon eine große Herausforderung, glaube ich, gewesen, da haben wir Freiheitlichen auch immer wieder darauf hingewiesen. Aber dass man nicht in die Knie geht, sondern ganz klar auf diese Menschen zugeht. Man möchte ja, dass sie Teil unserer Gesellschaft werden und abholen kann man sie nur dann, wenn man selbst sicher ist in der Ausformulierung der Erwartungen, dass bei uns eben Gesetze gelten, die für alle bindend sind, dass man ganz klar davon spricht, wie unsere Kultur ist, wie die Rolle der Frau ist, dass sich Frauen bei uns auch trennen können, dass dieses frauenverachtende Bild, das zum Großteil, leider Gottes, diese Männer teilweise mitbringen, die kommen aus patriarchalen Strukturen, wo die Frau so gut wie keine Rechte hat, auch über ihr eigenes Leben kaum eigene Rechte hat. Also alles kontrolliert und bestimmt der Mann, der sich ja auch, glaube ich, darüber identifiziert, die Männlichkeit darüber identifiziert, dass so viel wie möglich Macht und Kontrolle über die Frau ausgeübt wird. Und jetzt geht unsere Schule her und fördert das irgendwo noch. Und ich denke, dass man das natürlich auf keinen Fall akzeptieren kann. Es ist heute zwar der 1. April, es ist leider kein Scherz. Diese Broschüre macht fassungslos, aber nicht sprachlos. Und ich denke, was einmal ganz klar auf den Punkt gebracht werden muss, ist, die Integration ist eine Bringschuld und kein Kompromiss. Über den Kompromiss kann man eventuell später nach dem Dialog, nach sämtlichen Maßnahmen sprechen, aber zunächst einmal eine Bringschuld. Und das hat auch nichts mit fordern und fördern zu tun, von dem Achammer immer gesprochen hat. Dass Schulen jetzt ins Mittelalter zurückkehren sollen, getrennter Sportunterricht, Schwimmunterricht, also ich glaube nicht, dass das irgendetwas mit dem modernen Sportunterricht zu tun hat, den wir uns alle an den Schulen wünschen. Auch nicht das offene Verhältnis der Geschlechterfrage, also das kommt hier überhaupt nicht zum Ausdruck. Es muss die provokante Frage erlaubt sein, ob es denn künftig Schwimmunterricht für mehr als 50 verschiedene Geschlechter gibt, denn es wird ja von vielen Seiten immer wieder davon gesprochen, Genderfantasien und so weiter, oder obliegt es dem deutschen Schulamt künftig auch das Geschlecht der Schüler zu kontrollieren, dass weiters empfohlen wird, Klassenfachten nur mehr in Begleitung zu machen, wo auch muslimisches Personal sozusagen teilnimmt. Also auch das ist für uns nicht akzeptabel, denn es geht hier wirklich darum, unserer Auffassung nach den interkulturellen Mediatoren ein lukratives Zusatzeinkommen zu bescheren, damit Integration nicht funktioniert. Denn die hätten, glaube ich, eigentlich eine andere Aufgabe, dass der Ramadan an den Schulen plötzlich eine Rolle spielen soll. Das hat absolut, das muss man unserer Gesellschaft, unseren Leuten auch klären, warum jetzt doch Schulkalender auf den Islam ausgerichtet werden soll, Ramadan eine Rolle spielen soll, dass Schulausflüge nicht mehr im Fastenmonat Ramadan stattfinden sollen, auch sonst soll Rücksicht genommen werden, dass Schüler nicht geprüft werden und so weiter. Der Sexualunterricht darf, darf zwar weiterhin stattfinden, soll aber mit den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen der Eltern abgestimmt sein. Also ich frage mich hier, mit welchen, welche Weltanschauung wird Sexualunterricht in muslimischen Ländern unterrichtet? Wenn ja, wie? Ich möchte das auch ganz gerne wissen. Für mich ist das ein absolutes Einknicken vor dem Islam. Aber auch irgendwo, ich stelle mir hier schon die Frage, was sich effektiv die Leute im Schulamt dabei denken, wenn sie so etwas produzieren. Empfehlungen von Seiten des Schulamtes gibt es nicht etwa, dass Einwandererkinder die Kultur unserer Gesellschaft hier lernen sollen, dass sie sich mit den lokalen und regionalen Traditionen befassen sollen und damit vielleicht wirklich erst auch verstehen lernen, in welchem Kulturkreis sie aufgenommen wurden, sondern stattdessen wird den Muslimen empfohlen, ihre Kinder an muslimischen Festen gar nicht erst in die Schule zu schicken und darüber hinaus wird den Schulen ans Herz gelegt, den Schulkalender doch bitte dementsprechend auch einzurichten. Auch das für uns ein Unsinn, den man natürlich nicht mittragen kann. Ich habe schon gesagt, der legitimierte Zwang zum Kopftuch, es wird nicht darauf hingewiesen, wie beispielsweise in Österreich, dass gerade junge Mädchen kein Kopftuch tragen dürfen in den Kindergärten und Schulen. Es wird auch nicht irgendwo auf eine Beratung hingewiesen, dass für pubertierende Mädchen, die vielleicht das nicht wollen, dafür verfolgt werden und so weiter. Es wird auch davon nicht gesprochen. Stattdessen hat sich das Schulamt, wie die Broschüre zeigt, voll und ganz zum Kopftuch bekannt und verliert auch kein Wort über den unfreiwilligen Zwang. Und wir Freiheitlichen haben natürlich eine Anfrage gestellt, weil für uns schon auch interessant ist zu wissen, nachdem es so etwas ja vorher unter linken Regierungsbeteiligungen nie gegeben hat, gilt diese Broschüre dann auch für die italienische Schule, weiß der Regierungspartner Lega von dieser Broschüre, wie steht die Lega zu diesem Thema. Die Anfrage ist beim Pressepapier auch dabei. Wir möchten natürlich einige Dinge in Erfahrung bringen und natürlich auch einen Beschlussantrag haben wir eingebracht, mit mehreren Punkten, dass natürlich die Broschüre sofort zurückgenommen werden soll. Das Integration, das können Sie alles nachlesen, der Beschlussantrag liegt bei, wir haben elf Punkte genannt. Wir möchten einen, dass endlich, wir haben den Landesrat des Öfteren schon aufgefordert, auch einmal ein Integrationsgipfel auf Landesebene abgehalten wird, die sich mit den verbindlichen Werten und auch Zielsetzungen befasst, die wir Südtiroler als Gesellschaft von den Zuwanderern erwarten, so wie sie auch wirklich integrierte Moslems fordern, uns auch den Rat geben, das zu machen. Denn es ist ein Prozess, glaube ich, Integration, der nie ganz zu Ende geht, wo Dialog ständig stattfinden muss. Natürlich der sofortige Rückzug dieser Broschüre. Und ich glaube schon, dass mit diesem Thema natürlich, dass es jetzt schon einen Aufschrei oder eine Diskussion auf Landesebene geben wird. Geben muss. Geben muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Südtiroler Volkspartei davon in Kenntnis war. Denn, wenn man sich zurückerinnert, vor ein paar Tagen hat uns der ehemalige Handwerker und Neogenisse Gerd Lanz versucht, über die Öffentlichkeit auszurichten, was Integration, wie Integration funktioniert, wollte uns eine Lehrstunde in Sachen Integration erteilen. Also ich muss sagen, lieber Kollege Lanz, wir verstehen Integration mit Sicherheit nicht so. Integration bedeutet für uns die Bringschuld. Integration bedeutet für uns, dass sich Menschen, die hierher kommen, mit unserer Alltagssituation, Geschichte, Bräuche, Sitten und so weiter auseinandersetzen und nicht umgekehrt. Für uns ist Integration nicht das Zelebrieren von Unterschieden, sondern die Festlegung von Regeln. Im Rahmen der Gesetze bindend für alle. Wir als Land und Gesellschaft müssen und vor allem auch als Politik selbstbewusst auftreten. Denn nur so, glaube ich, können wir Menschen effektiv für uns gewinnen und lassen langfristig gesehen keine Parallelgesellschaft zu. Hier müssten wir eigentlich allmählich imstande sein, von den Fehlern der anderen zu lernen und wirklich einmal andere Schritte zu setzen. Die Freiheitlichen haben sehr viele Vorschläge immer wieder gemacht. Integrationskurse, verpflichtende Elternkurse und, und, und. Ich möchte jetzt das Wort an unseren Obmann Andreas Leiter-Reber weitergeben. Danke, Uli. Sie haben gesehen oder einen Überblick davon erhalten, was in dieser Broschüre enthalten ist und welche horrende Positionen dort vertreten werden. Ich habe mir erlaubt, ein paar Statements, Aussagen herauszusuchen, die die Volkspartei im vergangenen Wahlkampf getätigt hat. Und zwar war es ja wirklich so, dass auf einmal die Einwanderungspolitik der Volkspartei im Wahlkampf sozusagen angezogen wurde, wo wir auch das begrüßt haben, dass Integration fordern durch Fördern und so weiter dargestellt wird. Und ich habe hier ein paar Aussagen, zum Beispiel vom 26. Juni 2017, wo die Volkspartei die zehn Punkte zur Flüchtlingspolitik vorgestellt haben, wo es in ihrer Aussendung hieß, Integrationsbereitschaft ist einzufordern, um Integration zu fördern. Die Beachtung der Grundwerte des Landes und Europas wird verlangt. Dann die junge Generation, dann kurz vor den Wahlen am 11. September, die dann noch deutlicher wird, sei es Alex Fischer als auch Jasmin Ladoner, die sagen, die Leistungen müssen an die Grundkenntnisse der Landessprache und an Kenntnisse über die hiesige Kultur und Gesellschaft geknüpft werden. Und es müssen da auch entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Integrationsbereitschaft von allen Seiten sind aus Sicht der JG unumgänglich. Wer hier seinen Lebensmittelpunkt hat, in den Genuss von Leistungen kommt, muss Bereitschaft und Wille zur Integration an den Tag legen. So die JG-Kandidatin Jasmin Ladoner damals, vor wenigen Monaten im letzten Jahr, kurz vor den Wahlen. Wenn man sich jetzt diese Broschüre ansieht, dann ist das genau das Gegenteil von dem, was die Volkspartei im Wahlkampf noch gefordert hat und das Gegenteil von dem, wie wir Freiheitliche uns Integrationspolitik vorstellen. Es braucht den Bereitschaftswillen zur Eingliederung. Es braucht Integrationswillen, um hier in unserer Gesellschaft Platz zu finden, um Teil unserer Gesellschaft zu werden, um gemeinsam Integration möglich zu machen. Mit diesen Maßnahmen, und ich möchte es wirklich noch mal zitieren, weil es einfach der Hammer ist, wenn man das wörtlich hört. Gute Erfahrungen sind gemacht worden, so steht es in der Broschüre, wenn eine Begleitperson mit muslimischem Hintergrund mitfährt, bei Lehrausflügen, da sie mit Sprache und Kultur vertraut ist und dies für die Eltern, für die muslimischen vertrauensbildend wirkt. Die Planung dieser Lehrausflüge, bei der Planung soll die Schule darauf achten, dass unterrichtsbegleitende Veranstaltungen, also Sportfeste und so weiter, nicht während des Fastenmonats Ramadan oder anderer religiöser Feiertage stattfinden. Dann der Schwimmunterricht, der schon genügend erläutert wurde, der getrennt nach Geschlechtern stattfinden soll, also in unterschiedlichen Hallen und sollte das eben, weil Sie wissen wahrscheinlich, dass wir in unseren Dörfern und Gemeinden nicht unbedingt zwei Schwimmhalden zur Verfügung haben. Dann wird noch ergänzt, wo steht es, dass die Schulen die religiösen Mädchen auf speziell angefertigte Sport- oder Schwimmbekleidung wie zum Beispiel dem Burkini hingewiesen werden sollen. Das ist schon ein Punkt, wo man sagen muss, so etwas vom Deutschen Schulamt in Südtirol lesen zu müssen, das ist wirklich unfassbar unglaublich. Und wir fordern ganz klar, dass diese Broschüre so schnell wie möglich zurückgezogen wird, dass wir einen Forderungskatalog, einen Katalog gemeinsam erarbeiten, wo alle Parteien, alle im Südtiroler Landtag vertretenen Parteien dabei sind, wo wir sagen, wie wollen wir Integration so hinbekommen, dass sie auch förderlich und in diesem Lande zugutekommt. Denn was hier empfohlen wird, ist genau das, wovor eigentlich zu warnen ist, dass Parallelgesellschaften entstehen, dass Kategorien verschiedener Menschen entstehen. Wir müssen hier schauen, dass wir Integration nach unseren Regeln, nach unseren Grundrechten, nach unseren Wertevorstellungen hinbekommen. Und das darf von jedem erwartet werden, der in unser Land kommt, der in diesem Land leben möchte. Seine religiösen Ansichten stehen da einfach hintan und müssen hintan stehen und dürfen nicht in das Schulleben und in das öffentliche Leben in unserem Land derart einwirken, dass es sich auch auswirkt darauf, wie wir unsere Kinder, unsere Schüler und so weiter erziehen. Wie gesagt, diese Aussagen der Volkspartei liegen dem Pressepapier bei, können dann auch mitgenommen werden und ich darf das Wort auch an unseren Bildungssprechung, Generalsekretär Otto Malknecht, abschließend weitergeben. Danke. Herr Fallmann ist... Vor allem ist diese Sonderbehandlung von einer Gruppe, in dem Fall eben die Muslime, ist eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum da Achammer und seine Bildungsdirektion diese Gruppe besonders behandeln wollen. Wir haben in Südtirol, glaube ich, aus fast jedem Staat, gibt es zumindest in Bozen oder auf jeden Fall in Südtirol, gibt es Menschen, die zu uns gekommen sind. Die ganze Zuwanderergesellschaft in Südtirol ist sehr vielfältig und unterschiedlich. Es gibt da nicht nur Muslime, es gibt aus unterschiedlichsten Staaten, etwa zum Beispiel aus Bangladesch oder Indien oder China. Also es gibt wirklich eine Vielfalt von Zuwanderern und warum da jetzt den Muslimen eine Sonderrolle zuerkannt werden soll, ist absolut nicht nachvollziehbar. Wir brauchen in Südtirol keine Parallelgesellschaften, sondern wir brauchen Integration und letztendlich auch Anpassung an das Gastland. Wenn man etwa das mit dem Ramadan herausstreicht, in Südtirol gibt es keinen Ramadan. Es gibt auch kein Geburtstagsfest von Buddha. Es gibt auch kein chinesisches Drachenbootfest und wir feiern auch keine bengalischen Frühlingsfeiern. Bei allem Respekt vor den Kulturen und Staaten der Herkunftsländer, aber wir leben den christlich-europäischen Jahreslauf. Das ist das, nach dem sich unsere Schulen orientieren sollen und wem das nicht passt, der ist eingeladen, eben entweder in sein Heimatland zurückzukehren und dort nach den althergebrachten Traditionen zu leben oder etwa im Fall der Moslems sich einen der knapp 50 muslimischen Staaten auf dieser Erde auszusuchen, um dort nach diesen Traditionen zu leben. Es kann aber nicht sein, dass unsere christlich, aber auch liberal-freiheitliche Gesellschaft plötzlich sich da mit Ramadan und dergleichen beschäftigen soll. Dieser Weg ist falsch und den lehnen wir ab. Was mich besonders stört, ist, dass wir jetzt wirklich seit ganz vielen Jahren über dieses Thema ja immer wieder diskutiert haben. Man kann natürlich auch kontrovers diskutieren, aber was uns nie gelungen ist und das ist Schuld der Politik, nicht der Leute, die zu uns kommen, Schuld der Politik. Wir haben es verabsäumt, den Menschen hier irgendwo es wirklich schmackhaft zu machen, dass bei ihnen der Wunsch, ganz fester Wunsch entsteht, Teil von dieser Gesellschaft zu werden. Wir haben das Gegenteil auch zeugt. Die Menschen kommen her und wundern sich, dass nicht immer der rote Teppich ausgerollt ist, dass sie mit einer gewissen Arroganz und Repotenz teilweise im Alltag auch auftreten, die sie vielleicht nicht unbedingt so leben, weil sie so sind, sondern weil wir sie irgendwo so erzogen haben. Und ich denke, dass das eben ein ganz großer Fehler ist, der begangen wurde und dass man ihnen nie wirklich konkret auch vermittelt hat, dass Teil dieser Gesellschaft zu werden, ihre einzige Chance ist, um ein besseres Leben führen zu können, auch für ihre Kinder und so weiter, dass es nur dann funktionieren kann, wenn sie eben nach unseren demokratischen Werten auch hier leben, ohne irgendwo vielleicht auf bestimmte Traditionen, die sie selbst in ihren Häusern und so weiter pflegen, verzichten zu müssen. Denn die große Angst, die ja oft besteht, ist, dass sie ihre Identität verlieren, genauso wie es unsere Angst ist, dass wir unsere Identität verlieren. Aber es ist halt ein absolutes Unding, dass wir hergehen, ohne vorher andere Schritte einmal versucht zu haben oder gesetzt zu haben, totalen Kniefall jetzt machen, aus Angst eben bestimmte Herausforderungen anzugehen. Und jetzt schließt unser Obmann, Andreas Leiter-Rehbach, die Pressekonferenz. Bitte, Andreas. Ich danke natürlich für die Aufmerksamkeit jetzt am Vormittag dieser Pressekonferenz. Aber ich bin mir sicher, dass dieses Thema uns nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und auch Jahren begleiten wird. Denn wenn wir es hier nicht auf die Reihe kriegen, in so einem sensiblen Gebiet wie Südtirol, wo drei Volksgruppen zusammenleben, und wir haben Jahrzehnte dafür gebraucht, dass wir heute dieses Zusammenleben hinbekommen haben, und da ist auch noch an der einen oder anderen Ecke zu schrauben, dass wir hier auch klar die Botschaft an alle künftigen und neuen Mitbürger geben, dass wir sagen, liebe Leute, wenn ihr in unserem Land Asyl bekommt, dann ist einfach unser gewachsenes Gesellschaftsbild, unsere Rechtsvorstellung, die steht im Vordergrund. Und wer in dieser Gesellschaft sich integrieren möchte, muss integrationsbereit sein. Und von uns muss eben auch diese klare Botschaft ankommen, dass wir einladen, sich in dieser Gesellschaft zurechtzufinden. Da strecken wir die Hand aus. Aber wir gehen mit dieser Broschüre und mit dieser Vorstellung der Volkspartei genau den umgekehrten Weg, dass wir schon vorher zu uns zurückziehen und sagen, behaltet ihr eure Traditionen, kapselt euch ab mit Burkini, mit separatem Unterricht, mit Begleitung einer muslimischen Begleitperson und so weiter. Das ist genau das Gegenteil und züchtet direkt Parallelgesellschaften und früher oder später auch die Ghettoisierung von einzelnen Kategorien von Menschen. Und das möchten wir nicht in diesem Land, sondern wir wollen gemeinsam als Südtiroler unsere Wertvorstellung weiterbringen. Wir haben immer wieder in den Jahrhunderten hat es Leute gegeben, die zu uns gekommen sind und sie wurden dann auch Teil dieser Gesellschaft, indem sie mit dieser Gesellschaft gestaltet haben und sich nicht abgekapselt haben. Und die Mehrheitsgesellschaft hat sich nie angepasst, sondern wenn, dann ist das nur umgekehrt der Fall. Das Gleiche erwarte ich mir auch, wenn ich in ein anderes Land gehen oder ziehen würde, dass ich dann nicht sozusagen das Herz Jesu Feuer drauf anzünden würde und mich dort dann auch noch von der Schule erwarten, von der Öffentlichen, dass sie hier Rücksicht auf mich nimmt. In diesem Sinne schließen wir die heutige Pressekonferenz ab. Wir sind alle noch für Interviews zur Verfügung. Dankeschön. Vielen Dank.